Herzlich willkommen zur Talk24 am 28. Oktober. Das Honorar für den Botendienst wird mit dem Apothekenstärkungsgesetz bei 2,50 Euro festgeschrieben. Aus Sicht des BKK-Dachverbands ist das aber zu viel. Verbandschef Franz Knieps erklärte, eine gesonderte Vergütung über die Corona-Pandemie hinaus sei nicht notwendig. Er schlägt vor, den Botendienst den pharmazeutischen Dienstleistungen zuzuordnen, die irgendwann gesondert vergütet werden sollen. Zudem bezeichnete Knieps den Versandhandel als wichtige Ergänzung der Versorgung der Patientinnen in strukturschwachen Regionen. Dazu muss man allerdings wissen, dass Knieps zu der Zeit im Bundesgesundheitsministerium tätig war, als unter Ministerin Ulla Schmidt der Versandhandel legalisiert wurde. Knapp 15.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Diese Zahl befeuerte die Debatte über verschärfte Gegenmaßnahmen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Merkel hat einen Katalog mit drastischen Kontaktbeschränkungen vorbereitet. Bundesweit sollen Freizeiteinrichtungen und Gastronomie geschlossen werden, Unterhaltungsveranstaltungen verboten und Kontakte in der Öffentlichkeit sowie Feiern auf Plätzen und in Wohnungen eingeschränkt werden. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach schlägt sogar vor, die Umsetzung auch in privaten Räumen zu kontrollieren. Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat heute, wie erwartet, das Apothekenstärkungsgesetz durchgewinkt. Morgen soll das Gesetz im Plenum beschlossen werden, anschließend muss noch der Bundesrat zustimmen. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt des vorläufigen AVP-Insolvenzverwalters im Gesundheitsausschuss. Dr. Jan Philipp Hoos zufolge haben mehr als 250 Apotheken bereits Überbrückungskredite in Höhe von 58 Millionen Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau erhalten. Zur möglichen Höhe der Quote im Insolvenzverfahren hat Hoos keine Angaben gemacht. Gegen den ehemaligen Inhaber einer Apotheke in Schwaben wurde Anklage erhoben. Ab dem 9. Dezember steht er gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Schwager vor Gericht, weil er unter hygienisch unhaltbaren Zuständen Nahrungsergänzungsmittel hergestellt haben soll, die verschreibungspflichtige Wirkstoff enthielten. Die Approbation und Betriebserlaubnis wurden ihm bereits von der Aufsichtsbehörde entzogen. Der Strafprozess könnte sich allein wegen der umfangreichen Beweiserhebung über Monate hinziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Ad hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheke Ad hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.